Es werden immer mehr dramatische Details bekannt, mögliche Gründe, warum die Landung der Boeing 777 in San Francisco so tragisch verunglückte. Die Maschine flog offenbar viel zu tief und viel zu langsam. Die Forderung eines Crewmitglieds, dass die Geschwindigkeit erhöht werden muss, kam etwa sieben Sekunden vor dem Aufprall. Das Warngeräusch des Stickshakers tritt etwa vier Sekunden vor dem Aufprall auf. Dieses Warngeräusch kommt aus dem Kontrollstick, den der Pilot in der Hand hält. Außerdem fängt der Stick an zu wackeln, um auf die zu geringe Flughöhe aufmerksam zu machen. Danach passiert dies. Die Forderung, die Maschine durchzustarten, kam 1,5 Sekunden vor dem Aufprall. Der Pilot sagt, Landung abbrechen, durchstarten, erneut versuchen. Doch für einen zweiten Versuch ist es Sekunden danach zu spät. Die Maschine kracht mit dem hinteren Teil auf die Landebahn, verliert Teile des Hecks. Kurz darauf schlingert sie nach links, Teile des Fahrwerks bleiben liegen. Auf dem Rasen zwischen den Rollfeldern schließlich schleudert die Boeing um die eigene Achse und fängt Feuer. Einige Passagiere werden bei diesem Drama aus dem Flieger geschleudert, andere befreien sich selbst aus dem Wrack. Zwei chinesische Jugendliche kamen ums Leben, zahlreiche weitere wurden zum Teil schwer verletzt.